Auf der Bahnhof Kaiser, er läuft auf der Bahn 4, Fabian Kühling, Wien von Gagel, dann auf der 5, von der HLV Norden Berlin, Michael Schokowski, dann die Stahl, dann finde ich das, das ist der Kopp, die Strohau, der Schraub wie es mit einem Aquas benötigt werden. Ja, das war das, das war ja der Kopp. Ja, das ist der Kopp. Ja, das war ja der Kopp, ja. Schönes Stall, ganz wichtig. Marco, Marco! Er ist nicht hier geblieben. Lass ihn doch mal vorne weg. So, jetzt noch eine Wunde und dann eine Hand. Was war die Zeit? Was war die Zeit? Marco, Marco! Marco, Marco! Das sind im Moment die Führerinnen, aber die geschnitten Leute sind ganz nicht beieinander. Hier ist noch alles entschieden. Aufruf und Fassatürchen. Peter. Gänze, Gänze, Gänze! Zwei, zwei, drei, drei. Ist das jetzt inne? Marco, Marco, Marco! Marco, Marco, Marco! Wir kommen weiter! Naja, war ja langsam der erste Runde für euch. Schauen wir mal, Mario Kaiser von Energieein Berlin. Und seine Zeit in der Mitte 1,53, 3, 1. Wir kommen wieder an 5,50 Minuten. Yann merken wir das. Noch mal, die X-French-Bloge. Das ist alles.